Essing, Schelling, Trölsch und von Harnack, sie sind wichtige Vertreter einer Strömung des Protestantismus, und zwar des liberalen Protestantismus oder auch Kulturprotestantismus. Dieser entwickelte sich beginnend in der Aufklärungszeit. Der Erste Weltkrieg wirkte wie ein Bruch. Nur wenige führten in den 1920er Jahren die liberale Theologie weiter. Einer von ihnen war Paul Tillich. Er wollte die überlieferten religiösen Symbole der christlichen Lehre neu deuten. Tillich, von den Nazis vertrieben, lehrte in den USA. Die Entwicklungen in der deutschen protestantischen Theologie bezeichnete er als tragisch. Vor allem die neue orthodoxe sogenannte Wort-Gottes-Theologie. Über Paul Tillich sprach Rüdiger Achenbach mit Matthias Kröger, Professor für Theologie und Kirchengeschichte. Herr Kröger, wie entwickelt sich denn der liberale Protestantismus dann Anfang des 20. Jahrhunderts, in das neue Jahrhundert hinein? Das von heute aus besonders Beachtenswerte ist, dass damals ein Mann angefangen hat zu arbeiten und zu denken, der heute zu den Großfiguren des 20. Jahrhunderts gehört. Er heißt Paul Tillich. Ich gebe das an einem zentralen Aufsatz oder Gedankengang, den er früh gehabt hat, in den 20er Jahren. Die Überschrift heißt Theologie der Kultur. So heißt dieser Aufsatz. Und was er darin sagt, ist dies. Die Erfahrung des Heiligen oder des Unbedingten oder des Religiösen kann man nicht auf ein spezielles Segment beschränken. Entweder Religion ist ethisch oder ästhetisch oder was immer. Sondern Religion ist ein Inbegriff, ein Element und eine Komponente jedes Wirklichkeitsbereiches. Und dafür hat Tillich einen eigenen Ausdruck damals ins Spiel gebracht. Nämlich, das religiöse, das gültige Religiöse ist die Erfahrung des Unbedingten. Und das Unbedingte, das einen etwas total ergreifen kann und einen aus der Neutralität seiner Lebensgeschichte herauszieht, das Unbedingte, das ist etwas, was in jedem menschlichen Lebensgebiet auftauchen kann. Zum Beispiel, es gibt eine berühmte Schilderung bei einer Gesellschaft in 20er Jahren in Frankfurt. Wird Tillich auf einer Abendgesellschaft vermisst? Und wo ist er? Er steht draußen völlig versunken im Garten einer Mainacht und bestaunt die frischen Frühlingsblüten der Blumen. Und sagt, ist das nicht eine Offenbarung des Göttlichen und Unbedingten? Da muss man gar nicht eine Bibel ergreifen oder ein Gesangbuch haben, sondern man muss nur den Blick haben, um in jeder Art ein künstlerisches Bild, sagen wir mal, der Turm der blauen Pferde von Franz Marc, oder ein Gedicht, alles kann zum Ort werden, an dem das Unbedingte erfahren wird. Und hier schafft er die Verbindung mit der Theologie durch seine sogenannte Methode der Korrelation. Korrelation oder auch, könnte man auch sagen, mit dem Symbolbegriff. Das kommt auf dasselbe heraus, nämlich, indem ich immer das, was ich gerade sehe, in Beziehung setze zu einem religiösen Thema oder Text. Du kannst überall ergriffen werden und das ist Religion. Damit ersetzt er gleichzeitig etwas, was wie bei Schleiermacher auch schon da ist, nämlich, wenn du begreifen willst, was mit Gott gemeint ist, dann vergiss alles, was du darüber gehört hast, sagt er mal in einer der religiösen Reden, sondern guck nur auf das, wo dich etwas unbedingt gepackt hat und angegangen ist. Dann weißt du, was das Göttliche ist. Das ist das, was dich anspricht und packt und aus deiner Neutralität herauszieht. Das heißt, Tillich erschließt eine weltweite Ermöglichung der Gotteserfahrung. Wo du bist, kannst du, wenn du dich aussetzt mit deinem Herzen oder Gewissen oder mit deiner Vernunft oder deinem Gefühl, mit allen Instrumenten, kannst du des Unbedingten gewahr werden, was überall ist. Das ist eine ungeheure Erleichterung, Erweiterung der Blickweise und der Erfahrung von Theologie. Wenn man dieses Verständnis von Religion, dieses Unbedingte, was sich unbedingt angeht, wenn man dieses überall erfahren kann, dann muss man sich natürlich überlegen, wie diese Erfahrung, die man dann macht, in Verbindung mit der Theologie gebracht werden kann. Eben, die Theologie, sagt Tillich, sollte nicht in der ständigen Wiederholung ihrer alten Kategorien liegen. Auch den Gottesbegriff nicht. Der kann völlig unreligiös sein. Aber in dem Maße, in dem wir bereit sind, in allem die religiöse Erfahrung des Unbedingten zu sehen, kann auch jeder religiöse Begriff auf das hin abgetastet werden, was er an religiöse Erfahrung und Erkenntnis in sich beherbergt. Denn alle religiösen Begriffe gehen irgendwo auf Erfahrungen zurück. Und sie haben abgelagerte Erfahrungen. Und da gibt es entweder die Möglichkeit der Methode der Korrelation, wie eben schon gesagt, dann wird eine Beziehung hergestellt, wird zwischen biblischen Texten und den gemeinten Erfahrungen. Es kann aber auch mit einem anderen Begriff sein, nämlich da, wo religiöse Begriffe sich verabsolutieren und zu toten Begriffsgötzen werden. Da lehrt Tillich und sagt, überleg mal, ob du nicht weiterkommst, wenn du begreifst, dass jeder religiöse Begriff, der Gottesbegriff, der Christusbegriff, die Sünde, das Heil, wenn alles dies nur Symbole für eine größere Gemeindewirklichkeit sind. Die dahintersteht. Die dahintersteckt und die mit dem Symbolbegriff erweckt werden kann. Wenn du sagst, gibt es einen Gott, dann bist du sofort in der falschen Frage drin. Wenn du aber sagst, Gott ist ein Symbol, ja, ein Symbol für was? Nämlich für das Größere, was dich ergreift. Und du entscheidest, wie du es verwenden und anwenden und auffassen möchtest. Er versucht an dieser Stelle ja möglichst den Gottesbegriff auch immer wieder zu vermeiden und durch was anderes zu ersetzen, durch das Sein selbst und ähnliche Begriffe. Richtig, weil der Gottesbegriff eine Totschlagformel sein kann. Er sagt, lass dich auf Erfahrung ein, dann werden alle diese Begriffe aufwachen und ihre Relevanz erzeigen. Tillich ist nicht ohne Grund ein Mensch, der immer der Meinung war, er sei gleichzeitig beides, Theologe und Philosoph. Er hat angefangen mit einer Schelling-Promotion, und zwar einer theologischen und einer philosophischen. Zwei Promotionen. Und er war immer jemand, der sich auf der Grenze fühlte. Und er sagte, du kannst die theologischen Begriffe alle als Symbole auffassen für einen theologischen Sachverhalt oder für einen existenziellen Sachverhalt. Jeder Begriff, zum Beispiel Sünde, bringt Tillich im Zusammenhang mit dem marxistischen Begriff der Entfremdung. Wir leben alle unter Umständen, die mächtiger sind als wir. Entfremdung im Kapitalismus umgibt uns. Wir haben Lebensverhältnisse, die nicht sind, wie sie sein sollten. Aber wir haben die Aufgabe, diese mit der Hilfe Gottes und Jesu zu durchbrechen, diese Entfremdung. Was heißt das dann? Und dann wachen diese Begriffe auf einmal wie ganz aktuelle Existenzbegriffe auf oder religiös gesprochen wie Symbolbegriffe. Das heißt, religiöse Symbole decken so etwas wie eine verborgene Wirklichkeitsschicht auf. So wie ich vorhin sagte, in der Theologie der Kultur, jedes Bild, jedes Wasser, jeder Tanz, jedes Gedicht, jeder blühende Maibusch kann zur Offenbarung des Geheimnisses der Welt und des Unbedingten werden, was dich packt. Überall. So auch die Begriffe. Sie sind Erinnerungen an das, was unbedingt sein soll und kann und an die Facetten unserer Erfahrung. Aber das ist singulär, was er an Erschließungskraft, indem er Menschen ihre eigene Lebendigkeit und Religiosität erlaubt und zumutet, eröffnet. Versuchen wir diesen Symbolbegriff mal festzumachen an einer ganz konkreten Sache, zum Beispiel an dem Christusbegriff. Das würde bedeuten, wenn wir nachvollziehen wollen, wie ist dieses Symbol entstanden, es muss ja irgendwo herkommen, dann würde man sagen, dass die Urgemeinde, also das frühe Christentum, diesen Begriff aus dem Judentum übernommen hat, das heißt also, der Begriff ist da als Messiasbegriff, wird dann zum Christussymbol und dieses Christussymbol geht dann in die christliche Lehre ein. Das heißt, die Religion, auch das Christentum, greift auch immer auf Symbole der Umwelt zurück. Absolut. Für den Begriff Christus bedeutet das, wir wissen genau, was damit gemeint ist, nämlich, da ist ein Mensch, der die Kraft hat oder repräsentiert, die Verschlossenheit, unter der wir leben, aufzubrechen, wieder neue Öffnungen zu ermöglichen. Das ist das Historische. Wenn Tillich sagt, was bedeutet das heute, dann führt er selbst einen Begriff an dieser Stelle ein und sagt, Jesus ist der Inbegriff des neuen Seins. Er ist die Möglichkeit, aus dem alten, reduzierten, gebrochenen Sein auszubrechen. Der Entfremdung. Der Entfremdung auszubrechen und wieder zu unserer eigentlich gemeinten Schöpferlichkeit zu kommen. In die Nähe des Seins selbst. Das Seins selbst, richtig. Und gibt es bei Tillich ja auch an mehreren Stellen die Warnung davor, dass ein Symbol buchstäblich und wörtlich genommen wird. Das heißt also, er sagt, ein Symbol, was wörtlich genommen wird, verliert seine Kraft. Weil es dann schon vergegenständlicht ist. Das Symbol hat den Vorteil, also zum Beispiel, wenn ich Gott als Symbol begreife, das Wort Gott als ein Symbol, dann weiß ich, es ist ein Wort, welches auf etwas anspielt, was ich mit einem begrifflichen, definitorischen Denken nicht erreichen kann. Gott ist nicht definierbar. Aber wir wissen alle, was mit dem Symbol Gott, nämlich was größer ist als alle Vernunft oder, wenn man den ersten Johannesbrief zitieren will, größer denn unser Herz ist. Das begreift jeder, ohne es genau definieren zu wollen. Willst du es aber definieren, machst du es tot und kaputt. Das heißt doch auch für Tillich, Religion kommt ohne die Sprache der Symbole gar nicht aus. Wir müssen sie nur verständlich machen. Sie kommt ohne diese Sprache nicht aus. Im Wissen, dass Symbole auch zum Teil und auch Begriffe, die eigentlich lebendig gemeint sind, tödlich sein können. Am stärksten Paradox formuliert hat Tillich das darin, dass er sagt, jeder Mensch hat die Möglichkeit des Unbedingten in sich. Gleichzeitig, sagt Tillich, mit dem Religionsbegriff ist schon so viel Schindluder getrieben worden, dass der Religionsbegriff, den wir gerade lebendig erhalten wollen, eigentlich überwunden werden muss. Denn der Religionsbegriff schildert und beherbergt alles das, wovon man glaubt, es ist das und es ist das und es ist das. Es definiert viel zu sehr und dadurch macht es den Begriff tot. Matthias Kröger, Professor für Theologie und Kirchengeschichte über Paul Tillich. Stationen des liberalen Protestantismus. Wenn Sie die ersten vier Teile dieser Gesprächsreihe nachhören wollen, also Lessing, Schleiermacher, von Harnack und Trölsch, dann können Sie das tun unter derer... Dann vergiss alles, was du darüber gehört hast, sagt er mal in einer der religiösen Reden. Sondern guck nur auf das, wo dich etwas unbedingt gepackt hat und angegangen ist. Dann weißt du, was das Göttliche ist. Das ist das, was dich anspricht und packt und aus deiner Neutralität herauszieht. Das heißt, Tillich erschließt eine weltweite Ermöglichung der Gotteserfahrung. Wo du bist, kannst du, wenn du dich aussetzt mit deinem Herzen oder Gewissen oder mit deiner Vernunft oder deinem Gefühl, mit allen Instrumenten, kannst du des Unbedingten gewahr werden, was überall ist. Das ist eine ungeheure Erleichterung, Erweiterung der Blickweise und der Erfahrung von Theologie. Wenn man dieses Verständnis von Religion, dieses Unbedingte, was sich unbedingt angeht, wenn man dieses überall erfahren kann, dann muss man sich natürlich überlegen, wie diese Erfahrung, die man dann macht, in Verbindung mit der Theologie gebracht werden kann. Eben, die Theologie, sagt Tillich, sollte nicht in der ständigen Wiederholung ihrer alten Kategorien liegen. Auch dem Gottesbegriff nicht. Der kann völlig unreligiös sein. Aber in dem Maße, in dem wir bereit sind, in allem die religiöse Erfahrung des Unbedingten zu sehen, kann auch jeder religiöse Begriff auf das hin abgetastet werden, was er an religiöse Erfahrung und Erkenntnis in sich beherbergt. Denn alle religiösen Begriffe gehen irgendwo auf Erfahrungen zurück. Und sie haben abgelagerte Erfahrungen. Und da gibt es entweder die Möglichkeit der Methode der Korrelation, wie eben schon gesagt, dann wird eine Beziehung hergestellt, wird zwischen biblischen Texten und den gemeinten Erfahrungen. Es kann aber auch mit einem anderen Begriff sein, nämlich da, wo religiöse Begriffe sich verabsolutieren und zu toten Begriffsgötzen werden. Da lehrt Tillich und sagt, überleg mal, ob du nicht weiterkommst, wenn du begreifst, dass jeder religiöse Begriff, der Gottesbegriff, der Christusbegriff, die Sünde, das Heil, wenn alles dies nur Symbole für eine größere Gemeinde. Wird Tillich auf einer Abendgesellschaft vermisst? Und wo ist er? Er steht draußen völlig versunken im Garten einer Weihnacht und bestaunt die frischen Frühlingsblüten der Blumen und sagt, ist das nicht eine Offenbarung des Göttlichen und Unbedingten? Da muss man gar nicht eine Bibel ergreifen oder ein Gesangbuch haben, sondern man muss nur den Blick haben, um in jeder Art ein künstlerisches Bild, sagen wir mal, der Turm der blauen Pferde von Franz Marc, oder ein Gedicht, alles kann zum Ort werden, an dem das Unbedingte erfahren wird. Und hier schafft er die Verbindung mit der Theologie durch seine sogenannte Methode der Korrelation. Korrelation oder auch, könnte man auch sagen, mit dem Symbolbegriff. Das kommt auf dasselbe heraus, nämlich, indem ich immer das, was ich gerade sehe, in Beziehung setze zu einem religiösen Thema oder Text. Du kannst überall ergriffen werden und das ist Religion. Damit ersetzt er gleichzeitig etwas, was wie bei Schleiermacher auch schon da ist, nämlich, wenn du begreifen willst, was mit Gott gemeint ist. Essing, Schelling, Tröllsch und von Harnack, Sie sind wichtige Vertreter einer Strömung des Protestantismus, und zwar des liberalen Protestantismus oder auch Kulturprotestantismus. Dieser entwickelte sich beginnend in der Aufklärungszeit. Der Erste Weltkrieg wirkte wie ein Bruch. Nur wenige führten in den 1920er Jahren die liberale Theologie weiter. Einer von ihnen war Paul Tillich. Er wollte die überlieferten religiösen Symbole der christlichen Lehre neu deuten. Tillich, von den Nazis vertrieben, lehrte in den USA. Die Entwicklungen in der deutschen protestantischen Theologie bezeichnete er als tragisch. Vor allem die neue orthodoxe sogenannte Wort-Gottes-Theologie. Über Paul Tillich sprach Rüdiger Achenbach mit Matthias Kröger, Professor für Theologie und Kirchengeschichte. Herr Kröger, wie entwickelt sich denn der liberale Protestantismus dann Anfang des 20. Jahrhunderts, in das neue Jahrhundert hinein? Das von heute aus besonders beachtenswerte ist, dass damals ein Mann angefangen hat zu arbeiten und zu denken, der heute zu den Großfiguren des 20. Jahrhunderts gehört. Er heißt Paul Tillich. Ich gebe das an einem zentralen Aufsatz oder Gedankengang, den er früh gehabt hat in den 20er Jahren. Die Überschrift heißt Theologie der Kultur. So heißt dieser Aufsatz. Und was er darin sagt, ist dies. Die Erfahrung des Heiligen oder des Unbedingten oder des Religiösen kann man nicht auf ein spezielles Segment beschränken. Entweder Religion ist ethisch oder ästhetisch oder was immer. Sondern Religion ist ein Inbegriff, ein Element und eine Komponente jedes Wirklichkeitsbereiches. Und dafür hat Tillich einen eigenen Ausdruck damals ins Spiel gebracht. Nämlich, das religiöse, das gültige Religiöse ist die Erfahrung des Unbedingten. Und das Unbedingte, das einen etwas total ergreifen kann und einen aus der Neutralität seiner Lebensgeschichte herauszieht, das Unbedingte, das ist etwas, was in jedem menschlichen Lebensgebiet auftauchen kann. Zum Beispiel, es gibt eine berühmte Schilderung bei einer Gesellschaft in 20er Jahren in Frankfurt.